Hit Radio FFH sucht Hessens Next Topwitz. Ein Polizist hält ein Auto an und sagt zum Fahrer, bitte öffnen Sie mal die Heckklappe. Er öffnet, sitzen dort vier Pinguine drin. Der Polizist, die gehören in den Zoo, sagt der Mann, da fahren wir gerade hin. Zwei Tage später, der Polizist hält wieder den Wagen an und lässt den Kofferraum wieder öffnen. Da sitzen die Pinguine mit Badekappen drin und freuen sich. Da sagt der Polizist, Sie sollten doch mit den Tieren in den Zoo fahren. Sagt der Mann, ja, da waren wir gestern. Heute fahren wir ins Schwimmbad.